hallo und herzlich willkommen zu einer folge half dead ja ich habe ja schon half live gespielt also nicht let's play, könnte ich aber auch mal machen aber das hier ist half dead also nicht mehr halbes leben sondern halb tot und ja ich weiß nicht worum das spiel geht ich weiß nur wir müssen den ausgang finden in jedem raum können fallen sein andere sind tödlich andere nicht aber steuer steuerungstechnisch weiß ich gar nicht, eh mit eh öffnet man türen hallo behindert neustart wie hat der mich gerade getötet den geht übrigens auch online kann man auch online spielen vermeint sie räume mit pfeilen einige sind tödlich andere nicht so bin ich jetzt in einen roten raum damit geht man sogar den schuh so äh ähm anderer raum anderer raum anderer raum einfach durch einfach durch verpiss dich komisch die 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 Was ist das? Toll! Neustart! Neustart! Einmal noch, wenn ich jetzt wegacke, dann... Wasser darüber mit der Folge. Und ja... Nutzen wir Ihre Schuhe, um Pfeilen aufzuspüren. Ah ja, okay. Habe ich ja schon mal gemacht. Ich öffne den Raum hier. Hallo, hallo, hallo. Oh, da geht das vielleicht gar nicht auf. Oh, ja. Oh, ja. Und das war ja zu kurz. Einmal noch. Einmal noch. Aber dann auch nur, wenn ich mindestens durch einen Raum geschafft habe und nicht gleich am Anfang zerrecke. Helft euch gegenseitig, zwei Paar Schuhe sind besser als ein Paar. Einmal noch. Untersuch innerhalb 40 einem neuen Raum. Äh... Diesmal nicht. schnell durch da toll ich werde das spiel noch lernen das war es mit der folge heißt und wir sehen uns beim nächsten mal chao